Herzlich willkommen zur 31. Folge hier bei The Infected. Ich bin der Palzi. Es ist 6 Uhr morgens, Mai, und wir müssen uns als erstes mal um unsere Verpflegung kümmern. So, drücken wir uns mal einen Fisch rein, denn sieht das da schon relativ gut aus. Und ich habe eine Dose vorbereitet. Das ist doch hervorragend. Trinken dann noch etwas Wasser. Während wir jetzt gleich noch in die Küche gehen, kann hier das Wasser nochmal abküren. Wir sollten da vermutlich aber nochmal einen Holzscheit nachlegen. Ach, da können wir auch was machen. Äh, anzünden, denn ich habe die Vorräte mal wieder aufgefüllt. So, Webstuhl, das und das, Tuch, Tuch, ab in die Krimskramskiste. Und dann aber zwei leere Dosen, das heißt zweimal Kartoffeln, zweimal Gurke, zweimal Mais. Und dann gibt es, wie gehabt, noch Gemüsesalat, den wir hier wieder auffüllen können. So, damit sind wir aber auch startklar. Wir wollten in ein Dorf. Das Wasser ist sauber. Können das also ausmachen. Nehmen uns das mit. Haben natürlich kein Gemüse jetzt dabei. Ach, wir finden unterwegs schon irgendwas. Hier war leer. So weit. Da hat sich Sprit nochmal aufgefüllt. Das heißt, wir können los. Wir legen gleich den ersten Besucher. Ich merke auch gerade... Hat uns nochmal ein Ölkändchen mitgebracht, aber ich brauche definitiv noch einen Speer. Und ich glaube, auf der Eins habe ich noch die Axt ausgerüstet. Wir nehmen uns hier einen dritten Speer mit. Und jetzt kann es losgehen. Wie spät ist jetzt? Kurz vor sieben. Ich hoffe, wir schaffen das im Laufe eines Tages. Hin und zurück. Ohne Schutzhütte. Das sollte ja so die grobe Richtung sein. Hallo Reh. Ne, das ist viel zu nah. Am Dörfchen vorbei. So sieht das in etwa ziemlich gut aus. Ja, und da haben wir auch schon das erste Gemüse. Gurke. Gleich auf der Straße. Aber die Straße ist nicht wie querfeld ein hauptsächlich laufen. Und dann halt hier so am See vorbei und dann da irgendwie auf die Straße. Da ist schon wieder eine Rehe. Rehe sind nicht schlimm. Bär wäre nervig jetzt. Das ist jetzt ein bisschen da. Und go. Sieben Uhr zwanzig inzwischen. Die Straße istNER. Was bedeutet das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist jetzt Biom-Wechsel, 2, 4, 5, 2, 5, 7, 12 Häuser wieder. So, Wunsch-Tags, wo wir uns langsam aber sicher nähern, sind verbesserte Werkbank fehlt noch und den Chemie-Tisch hätte ich als nächstes, glaube ich, ganz gerne. Da ist die Straße, dann müsste doch das erste Haus nicht mehr weit sein. Da vorne ist es doch schon. 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 Strom. Gut. Und auch nicht das schlechteste. Da wir bei den Tags, glaube ich, beide so da. Das heißt, da könnte man sogar darüber nachdenken, ob man da mal anfängt. Da ist der Wagen. Große Sachen hinten. Da hinten. Die kleinen hier rein. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Hier. 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 immer willkommen, denn ohne Chemietisch können wir das nicht selber herstellen. Zudem müssen wir jetzt... Ja. Ich könnte es doch Licht anmachen, falls ich... Ja, kann ich aber auch sparen, ich kann relativ gut gucken. Falls ich hier mal eine Saat oder so übersehe, das ist jetzt echt nicht mehr so wild. Wir haben so viel Saatgut inzwischen. Eigentlich wirklich brauchen, ja Kevlar ist halt noch interessant, aber wirklich brauchen, tun wir nur noch die Techs. Ja, eigentlich sieht das hier noch sehr gut aus. Trinken könnten wir einen Schluck, das heißt, da können wir uns aber auch eine Melone reindrücken. Das hatte ich gecheckt, okay. So, das waren vier. Damit hätten wir ein Drittel jetzt schon durch. Da rein. Aus dem A5. Ich gehe jetzt erst hoch, weil die Treppe einfach ein bisschen näher war. Da ist nichts. Da hat es geleckt gerade. Da. Kreissägetisch. Naja. Da die Sägetische aber gerade voll sind, noch mit Brettchen, werde ich das definitiv nicht sofort bauen, sondern erst noch die Bretter aus dem Kreissäge... äh, aus den normalen Sägetischen verwenden. ... unter Passat. Da auch. Ach, da ist noch Bleierd. Wo sind wir denn reingekommen? Da. Gut, theoretisch könnte man ihn jetzt schon abhauen. Wir haben beide Techs bekommen in diesem Wurf, aber der Vollständigkeit halber... Sag doch die Wahrheit, Palti. Ja, der Lootkoppel in mir, der will's wissen. Brauche ich die Schienen? Nicht wirklich. Eine hebe ich mal auf, falls irgendwas passiert, aber ansonsten... die zwei Häuser da jetzt noch. Fahre ich mal hier hin... und lauf dann zu dem rüber... ... Eisenbrocken... Das war alles nur Kleinkram. So, letzter Haus auf der Seite. Das Sieb... Das Sieb hatte dann... ... Ich wollte sagen, kann doch nicht sein, dass hier nur... ...auf einem was liegt. Achso, Regale brauche ich ja nicht mehr checken, wir haben ja die beiden Techs. Da sind wir reingekommen. Dann noch nach oben... Und dann sind wir hier durch. Ich... Nee... Erst die Richtung... Aber da waren Wambi gerade... Da ist auch einer... Der geht aber weg... Okay... Ach, da war ich ja schon. Gut... Ich bin ja von der Seite diesmal reingekommen. Ja... Da ist irgendwas verdorbenes Essen wahrscheinlich einfach so. So... Das sind noch 11 Stunden... 9 Stunden... Brauchen aber auch eher Fette. Und dann trinken wir mal einen Schluck... K... Reingekommen... Vorne... Ja... Kommen wir hier... Da kommt nämlich... Noch 2... Einen hatte ich gesehen... Na gut... Und der zweite war halt hinterm Haus... Ist okay... Äh... Steinpfeil... Achja... Steinpfeil hatte ich mir auch noch gemacht... Bevor wir los sind... Da hatte ich... Nochmal nachgelegt... Weil ich nur noch 18 hatte... Und das schien mir dann doch... Ein bisschen zu dünne zu sein... So... So... Jetzt zu dem Haus... Hier... Einen... Wurzel zu lang... Nägel... Gleich weg... Danke sehr... Keine... Na, bei dem Haus geht's auch gleich weiter da. Gut, fangen wir hier an, auf der Seite. Oh, wir sind ganz schön voll. Komm, zwei Gurken einfach weg und dann ist gut. Ja, das da drüben ist das vorletzte Haus dann. Halt sie, du hast beide Taxis. Achso, ja, 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 ja. Ja, das ist Automatismen. Die Häuser sind halt alle ähnlich. Was heißt ähnlich? Es gibt eine bestimmte Anzahl an Layouts und, äh, hatte ich hier, ja. Bestimmte Anzahl an Layouts und, äh, die Sachen liegen eigentlich immer am gleichen Fleck. Von daher hat man sich da dann, was heißt man? Ich habe mir da so einen gewissen Automatismus angewöhnt, wo man hinguckt. So, da ist das letzte Haus. Gehen wir von der anderen Seite aus ran. Kürbis passt schon gar nicht mehr. Na, komm. Das waren nochmal drei Pfeile jetzt, ne? Die kriege ich gar nicht mehr unter. Na gut, zum Wegschmeißen ist auch zu schade. Du alter Loot-Goblin-Polz. Ja, ja, muss sein. Also, das ist... Ansonsten wird das nix in dem Spiel hier. Gerade am Anfang muss man halt sehr viel Loot auch sammeln, einfach. Unsichtbare Barriere. Springen wir rüber. Lachen würde ich, wenn, äh, sich an dem, an der Regel jedes Dorf zwei Texts was ändern würde. Und ich jetzt hier in dem Dorf irgendwie schon zwei weitere Bücher übersehen hätte. Ich glaube, da würden einige Leute dumm aus der Wäsche schauen. Ne, da sind wir reingegangen. Den habe ich ja überhaupt nicht gesehen hier. Ich habe nur den anderen gesehen. Steht der da direkt an mir dran? Was erlauben? Dann aber auch schnell weg hier. Wie spät haben wir? Kurz vor drei. Ja, kommen wir bequem zurück. Wir können dann auch schon die Richtung ändern und wieder querfeldeinlaufen. Ich habe keinen Platz für dich, Körbis. Ich habe keinen Platz für dich, Körbis. Mache ich Platz für Wassermelone? Dann müsste ich ordentlich was nehmen. Wisst ihr was? Eine packen wir rein und essen die gleich und die andere nehmen wir mit. Nein. Also, ich sollte mich in den Körbis der Körbis. Das ist hier jetzt das Biom mit Füchsen und Wildschweinen. Die Spitzhacke habe ich nicht dabei, dass ich den ganzen Lehm stehen lassen muss, aber wir haben ja einen Lehm-Extraktor jetzt, von daher halb zu wild. Ne, da die Richtung musst du beiziehen, du musst dann nördlich von dem See vorbei, da. Ja, wisst ihr was, ich pausiere mal und laufe alleine zurück zur Basis, bis gleich. So, da sind wir daheim. So, als erstes müssen wir hier ein bisschen was loswerden. Eine Gammelkiste mit Sicherheit, da war ja was. Gurke und Mais haben wir im Inventar auch noch. Melone. Das können wir gleich. Dosen sind okay. Ich habe hier noch im Inventar ein Stückchen. Und was war das? Federn. Gib mir mal... Ja, vielleicht, gib mir vielleicht doch nicht alles. Lass mal... ...die noch zurück. Grimmskrams. Da können auf jeden Fall die zwei Pfeile rein. Tuch hatten wir gefunden. Das gehört hier mit rein. Die zwei auch. Du noch. Du warst nur für den Fall der Fälle, dass wir uns was tun. Das hier ist tierisch. Das Krimskreis. Die Dämen. Die Dämen. Das Problem ist ja jetzt hier. Nur ein Stack mit nach vorne gleich, dass wir auch gleich checken können, ohne die Steine. Dann einmal teilen und da auffüllen, damit du auch morgen noch weiterläufst. War die andere Steinkiste voll? Ich glaube nicht. Machen wir die erstmal voll. Ich hab nochmal Schrauben mitgebracht, die juteste. Du warst leer. Und du bist jetzt auch leer. Das kommt hier noch rein. Seilkante. Eine extra Glaskäste. Ja. Glas. Ich hatte hier bitte ziehen erschienen. Dann haben wir hier noch Ziegel. Ein Stöckchen. Noch mehr Erz. Dann kommt die andere Erzkiste. Ja, geht noch. Das sagte so. Erstmal weg. Für Ringmulch haben wir keinen Platz mehr. Ja, du kommst hier rein. Wieso hab ich jetzt schon wieder eine unberahe Anzahl an Lehmerde. Ach, weil er die nicht automatisch rübergepackt hat. Gut. Verstehe. Zehn Steinchen können wir aber auch wieder mitnehmen. Und dann noch zweimal Lehm herstellen. Die Ziegel sind trocken. Zweimal Sand. Und dann können wir hier gleich wieder weitermachen. So. 20 Uhr. Achso. So ein kleiner Racker ist noch mitgekommen. Stimmt. Wir waren da ja noch nicht mal fertig. Mit dem Auspacken. Auspacken. Aus der Kiste. Ich werde jetzt erstmal... Ne, den kannst du nicht zerlegen mit dem Speer. Da brauchst du dann Extline wieder. Waschbär. Können wir zweimal Waschbär und zweimal Huhn grillen. Denn nun hatte ich auch noch getroffen. Das lief so in meine Schussbahn. Halt, 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 halt. Hände waschen, Palzi. Das, 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 das. So, dann war... Hatten wir jetzt hier vom Schlachten. Natürlich auch noch was bekommen. 6,59, das eine Ei. Wir brauchen E2 Eier gleich für eine Ration. Kartoffeln. Kartoffeln. Zehn Stunden. Wir hatten aber auch eine gefunden, ne? Ne, die haben wir alle gefunden. Alle 10,58. Okay. Das heißt, die müssen wir alle nach vorne schieben. Ein Stückchen. Können sie dann reinpacken. Eine brauche... Oh, müsste man eigentlich schon wieder sortieren. Und dann noch eine Zwiebel. Dann können wir schon mal die... Mischung machen. Wir brauchen dann noch drei Pilze. Und eine Melone. Und Ration. So, das ist alles zum Verzehr. Da haben wir auch noch weiteres Krams. ganz schön viel hier. Wie sieht denn das oben im Garten aus? Wahrscheinlich könnten wir auch schon ernten, aber... Unter Umständen lasse ich das einfach. Denn, äh... Möchte schon zumindest noch ein Dorf machen. Und... Ich sehe jetzt gerade die Notwendigkeit nicht. Außer, dass wir natürlich damit jede Menge Gammelfleisch bekommen. Naja, ich denke drüber nach. Ähm... Für diese Folge war es das aber. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Auf bald. Euer Palzi. Ach ja, über ein Abo natürlich auch. Auf bald. Macht's gut. Alles gut!